Das Fahrrad wird nicht so gefördert, wie es für die Menschen gut wäre. In Deutschland haben wir ja die Perspektive jetzt im Wandel zur Elektromobilität mit einer Million Elektroautos innerhalb der nächsten Dekade. Und da frage ich die deutsche Bundesregierung, was ist wichtiger? Eine Million Elektroautos oder zehn Millionen Elektrofahrräder. Für die Menschen sind zehn Millionen Elektrofahrräder wichtiger. Für unsere Städte, für das Klima der Menschen, für das Klima in den Städten und für die soziale Komponente, für das Zusammensein der Menschen, da brauchen wir mehr Fahrräder.